Schau auf den. Pass auf auf deine. Oh, sie ist oben gefallen. Schau. Jetzt ist sie auf dem drauf. Jetzt ist sie auf dem drauf. Oh. Einige 20 Meter sie 8 Tage. Einige 20 Monate und 8 Tage. Schau mal mit zusammen. Bei Rosik. Geh mal zu den Ziegen. Wow Nani. Papa. Wagen. Ja sie macht den barb. Span. Auf jeden Fall. Jetzt werden sie aber auf! Bereit, bereit! Jetzt kannst du's schaffen. Ihhh! So, jetzt kannst du's schaffen. Ihhh! So, jetzt kannst du's schaffen. Jetzt geht es hinunter. Nani! Gostou? Alle waren mir. Annika! Gostou! Es ist ein Stau. Ah, komm her, Nani! Komm her! Upsi! Geh vorbei, ja! Komm her! 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 Das war gut. Fahre! Daí, bota o pé acima! Na da hinten! Du teigst da hinten! Uuuuuh! Na da hinten! Ja, hast du die Drucker mit? Ja, morgen kommen die Ungarn vorbei. Hat die Mutter dir nichts gesagt? Uuuuuh! Schau da an! Wenn man sie raus, das ist ja noch von... Gibt's ihr, Manika? Gib jetzt den anderen, du hast den Kleinen da, gell? Das ist zu groß für den Kleinen. Schau mal! Schau mal, jetzt hüpfen wir noch. Schau! Mami, komm! Es ist da mit der Preggisosa. Es hüpft! Hopp, hopp! Schau, wie es hüpft! Da nimmt den Stänger und halbiert das rein. Tu es weiter hineinhalten, schau! So! So! Die mögen lieber Gras. So, dass sie's nehmen können. Hallo! Schau mal! Das ist noch Gras! Ja, gerne sogar. Luca! Schau dich! Vielleicht mag er das. Ja, naa! So, ich muss er ja... Na, wie ich den Zahn! Schon so weit kommt der Hase nicht hinauf. Schau, Anika, probier mal das Brot hineinhalten. Ob er das mag. Manika, schau mal, probier mal. Manika, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Manika, schau mal, schau mal. Lauf noch mal davon, dann läuft sie danach.